Helikopter der ist ja wieder Da die Richtung Ja wahrscheinlich in Richtung Factory Factory wahrscheinlich Kommt hier Achso du bist schon da Ja du brauchst du noch das Visier? Ne ne ich brauch kein Visier mehr Oder zeig mal Ne geht leider nicht Kann dir aber das hier anbieten Wenn das geht Kann dir markieren wo das ist? Ne geht nicht Was denn die Factory? Ja ne Ich hätte gerne mal ein Spiel wo die Spieler wirklich alle dumm sind Das ist der Internet ne? Gehen wir ins Fummelparty Match oder Fummelparty 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 da sind wirklich alle dumm Oder Roblox Ne da gibts nochmal Schwitzer Bei COD ne? Ja Roblox COD Ja ja genau Oh ne Skimaske Mit Totenkopf Skimaske auf dem Motor Ja Weißt du nicht hier ist irgendwo der Typ mit dem Helikopter? Oder ist der weiter geflogen? Ok scheiß drauf Wir rennen da einfach Alter mir ist gerade ein Scheiße ey Wir rennen hier gerade Rehe vor die Flinte und ich kann nie abdrücken weil wir uns sonst verraten man Was war denn das? Achso Boah ey ist so dumm dass man hier nicht drauf kann ne? Alter ist hier ein Wildschwamm oder? Ne ein Reh Oh Survivor wieder für 600 Meter weg Survivor Survivor Was hast du auf Magazin in die M16? Das was? Nein AUG ist nur für die AUG Äh schiss Warum ist hier kein Care Package? Warum ist hier kein Care Package? Ach 15 Minuten erstmal Ja Ja Was? Hat gerade irgendjemand gequatscht oder so? Ja Meinst du? War mir nicht schwach Wo bist du denn schon wieder da hinten? Leo Wo bleibst du denn schon wieder? Ich äh hab Orientierungsprobleme gehabt Wieso das denn? Wieso denn? Ja ich wusste ja nicht wo ich hinlaufen muss Ja uns hinterher Das war alles grad bisschen blöd Ja Also ich hab 5 Schuss Mosin Ich hab M16 Ich hab Pioneer und ne Granate und bisschen Pistol Pistol Na Muni kann ich noch geben Ja ich bin bereit für Krieg Let's go Ja dann komm Ja Ja jetzt irgendein Zombie Da geht mir vor den Sack Jopold Ich bin hinter dir Cool Da ist aber ne Wand Seht einer von euch nach? Nee Ernst? Leo, seht du noch? Ja Ja Ich hab nur grad äh Klopperei mit nem Zombie Da kommt einer Damit man mich nicht sieht Kommt einer zu dir? Oh Junge Oh Junge Digga 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 Braucht jemand noch Batterien? Ja 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 Ich glaub wir dann nicht mal wieder herkommen Wie viel hast du denn? Ein paar Digga Was? Jetzt gibt er uns Auto Batterien weg Nee Ein Fisch Kann ich mir endlich mal in Gummi Dildo hier? Ähm Hast du noch eins? Äh eine? Nö Erstmal nicht danke Fürs Nachtsicht oder was? Ja hab ich schon aber Ich hab was sonst kannst Bitte auch noch einer holen Ja klar Nee du kriegst dichs Ja bitteschön Ach tanke Tanke Ein Traum Spieler Wo? Markiert Da oben im Wald Ok Der ist nach links gelaufen Richtung zu uns Sichtkontakt Sichtkontakt Hast du Ah geiler Ich hab an seinem Kopf vorbeigeschossen Der läuft recht Ja ich seh Der läuft recht Nach da Mensch markier doch Der läuft hier Wo? Hier entlang Zieh nicht Der läuft Warte Oh mein Gott Helikopter Nee das ist glaube ich Care Package Nee Nee Was nee? War ich? Wo denn? Ich seh'n wir nicht Doch war Care Package Ja auch Junge Wo ist denn der Typ jetzt? Ich bin tot Der ist immer noch rechts von euch Im kleinen Busch Ja warte mal Ich muss mal Man kann nicht markieren Unterhalb von euch Aber ich war Ich seh'n Markiert 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 Läuft Richtung mir Zu mir Ja Er kommt Zu mir? Ich glaub' zu mir Ich glaub' ich hab's selbst gehört Ich hab' Angst Ich auch Ich auch Ok ich bin hier glaub' ich amtlich gut gesaved Die Fahrzeuge werden gelöscht Ja Willis Ich hör' irgendwo Boah Ich auch Ich glaub' der zippt bei mir Aber der sneaked Ich hör' ich mal nach hinten Ja Ich hör' mal nach hinten kannst du vielleicht zu mir kommen in die richtung also ich habe irgendwie angst hier hier sind zombies ich sehe ihn oh gott er ist hier drin er ist hier drin er ist hier drin ist markiert komplett schnell wo genau ich hatte gerade markiert der ist nach rechts gerannt richtung ausgang er kommt zu mir er kommt zu mir ja vorsicht diese richtung ist er ist irgendwo diese richtung links davon um haus rum wahrscheinlich er kommt läuft hinter mir hinter mir hinter mir ich habe ich sehe nicht bei mir bei mir bei mir einfach zu mir laufen der liegt zwischen den containern mit ich sehe nicht ich bin da hinter mir hinter mir ja er steht auf das ist noch eine wir pissen am besten ja aber das haben einige gehört jetzt wahrscheinlich ja also ich hab's gehört und ich bin am fluch ich würde die waffe von dem mitnehmen ja ich habe ihn mitgenommen ok dann lass abhauen ich nehme auch handschuhe für dings mit richtung survivor am besten ich bin mal schnell ein airdrop ja aber weil ich bitte hast du genug platz hab's gesagt ja seit wann muss man diesen scheiß airdrop erst mal öffnen mit 11 ja wieso nicht da also wenn ich jetzt ein snap hätte dann shit aber wenigstens eingekillt ja komm bisschen blutdust haben wir wenigstens gestillt oh leute ich hab gar kein mack drin ich bin so dumm shit ey hier hat wieder den damm gespawnt jetzt ist ja eigentlich auch mal dunkel anscheinend nie ich bin auf dem weg ok eigentlich können wir unsere base auch auf dem airfield machen wenn da sowieso nirgner ist ja also ich würd gern nochmal hingehen ja das auf ghost warten ja welchen loot saven menschen welchen loot ja das was wir loot nennen ach da ist ja nur einer hoch hast du ein bisschen sks money ne 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 leider nein leider gar nicht mach nix ich hab sieben ja ich weiß auch nicht ja ich fühl mich irgendwie deprimiert hier auf dem server ja mach nix einfach so immer stirbt irgendeine von uns oder alle ja das ist normal ne wir müssen gottmode aktivieren was auch nix dagegen ich hab noch ein c4 stopp ja moin ohne granate ich geh mal ne runde auskunft schaffen ja der könnte oben im wald gewesen sein ja war er auch war auf jeden fall ne sniper ne l 96 oder so ja ist mir bewusst wenn die one shot ist ich will aber einmal grob umlaufen vielleicht triffst du ihn ja sagst du jemanden ne tollo was geht ab ja du weißt ja ich bin desert eagle main mhm da bekommt er 5 patronen und vielleicht reicht's wenn das ich sterbe ist normal nö so ich komm jetzt zu euch gerannt so ich komm jetzt zu euch gerannt die ak munition also die sks ach ich hab 10 schuss ich glaub so viel brauch ich gar nicht wenn er ne mk5 rüstung hat bitte? wenn er ne mk5 rüstung hat ja kopfschutz weißt du wenn er ne mk5 kopfschutz hat gibt es gård kopfschutz oder poles du kopfschutz Steven, ja, was geht das? Rennen. Willst du markieren, wo du liegst? Kann ich nicht. Ich kann das machen für dich. Was heißen die Flaggen auf der Map eigentlich? Hier ungefähr. Schlocken. Ja. 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 Das ist wahrscheinlich ein Städter, der mich gekillt hat. Möglich. Ja, komplett in schwarz. Ja. 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 Das oder?" mäßig. Ich bin auf dem Weg zu meiner alten Leiche. Hab sie gefunden. Ich sollte noch die ammo einstecken, die da übrig ist. Ich renne mal hier oben im Wald ein bisschen rum, mal gucken, wo es hier so ist. Die L115 A3 habe ich einstecken. Gesundheit? Genau. Kriegst du das alles mit, Steven? Ja, moin, moin, moin. Aber ich kann heute auch nicht mehr so viel nehmen, also ein bisschen vielleicht. Warst du schon am Care Package? Ne. Kannst du hier noch was mitnehmen? Hier ist eine Leiche, das ist, glaube ich, deine mit Metalcrate, ne? Blue. NBC-Zeug, naja. Ja, da liegt meine. Ja, nehmen wir deine Sachen daraus am besten. Oh Gott, was ist hier so hell? Wer ist denn jetzt ready? Warte, ich bin ready. Boah, der hat mir meinen Rucksack zerstört, alter. Lass uns dann am besten schon mal hoch in den Wald ein bisschen. Ein bisschen zum Scouten. Ja, ich sehe die beiden, die sich ge-faded haben. Ja, ich habe noch gerade das Zeug, den ich noch brauche, auf jeden Fall. Ja, der hat auf jeden Fall nur starke Mösseln. Oh, der hatte das Code-Lock dabei und wollte es trocken. Hier liegt eine J-Tag. Die wirst du nehmen? Das ist bestimmt seine. Die ist aber verbergt. Ich sehe sie halt nicht. Ich sehe den Namen im Inventar, aber kann die doch... Jo, ich habe sie dabei. Ich bin weg. Schön, schön, schön. Bis jetzt ist das hier doch noch gut gelaufen. Wenn auch mit... Vierschling. Jetzt wird es dunkel. Ich habe einen Helm für dich dabei. Beste leider nicht. Ghost, kannst du ein Waffen-Cleaning-Kit mitnehmen? Äh, Moment. Lass mal noch weiter hoch in das Gebäude. Von dort aus hat man einen guten Überblick. Ja, das stimmt. Diese Ruine, ne? Ja. Auf euch? Nee. Also ich habe jetzt nur nicht gesehen. Ja, lass verpissen. Ghost, komm. Ja, Ghost. Da liegt, dass du leider noch rausgerundet kommst. Hallo. Hallo. Brauchst du irgendwas? Ja, am besten Joint, damit ich ein bisschen runterkomme hier. Bin gerade ein bisschen unter Adrenalin hier, ein bisschen. Habt ihr das auch manchmal, wenn so Action-Momente sind, dass dann eure Hand so ein bisschen zittert? Ja. Also leicht irgendwie, das ist... Äh, was ist denn das? Guck mal, was ich da hab. Der Helm. Alter, du hast ein Abzieh. Damit kannst du, damit kannst du die Stürme hier überleben. Die... Ist das gut? Ja. Ja, also ganz wichtig jetzt nicht, weil wir finden bestimmt auch fünf Stück wieder geführt oben bei der Base, aber... Ich würde zuerst mal mitnehmen. Oh, die haben hier gutes Zeug. Guck mal hier. Guck dir ein, was du brauchst, Kollege. Ich würde... Nö, das gibt... Ohne, geht das? Ne. Wo war denn hier noch eine Leise? Komm hoch, du Lootgeier. Ja. Ich finde das auch weg. Der Lootgeier. Der Lootgeier. Hallo. Hallo. Sollen wir Freunde sein? Servo. Servo. Willst du nicht die Diegel mitnehmen? Natürlich. Die ist ja in der Pouch. Nicht, dass die gleich vergessen wird. Achso, ich habe glaube ich noch Munition für dich hier. Achso, ne. Das ist nicht die originale Diegel. Ah, das ist nicht die Lucky Diegel. Die richtige Diegel. Nee, das ist nicht die, die den Kill gemacht hat, aber ich will die auch mit. Jetzt musst du da aber auch so einen Strich einzeichnen, ne? Bei einen Kill. Eigentlich schon. Aber wenn du willst, kannst du die Munition mitnehmen. Aber hier ist die J-Tag. Alter, der hat einfach eine Intervention. Wie schnell sie weg ist. Steven. Will jemand die andere haben? Die Windrunner? Bist du ein guter Sniper, Leo? Nee. Ja, dann nehme ich sie halt. Also. Dafür kannst du dann, wenn du ein Stürmer bist, kannst du die M24-0B haben. Oder M24-0B. Ja, diese, ja. Dennis? Ja. Kann du das im Magazin haben? Welches Mac? Das Visier. Welches Visier? Von der, die du gerade aufgenommen hast. Von der Sniper. Äh, das High Magnificent Bild. Ja. Habt ihr ein anderes hingelegt, wenn du willst? Thanks. Ein Problem. Oh, ein Irland-Patch. Ab damit. Da ist jetzt die Harmonie. Ich bräuchte eine Maske. Wieso kann ich den Pitch schon nicht? Äh, da kann ich leider nicht weiterhelfen. Hm. Braucht jemand ein M4-Magazine? 60 Schuss? Nee. Ja, gut, ich bräuchte halt das Waffen-Cleaning-Kit. Ja, hab ich mit, hier. Ich liebe sie. Kuss auf die Nuss. Aber 408er hast du nicht mehr, oder? 308er meinst du. Nee, 408er, J-Tech-Rounds. Hm-hm. Schade. Naja. Da müssen die zwei Schüsse halt sitzen. Braucht jemand noch Batterien? Nee. Nö. Das kommt erst mal weg. Und da hin. Das kommt hier hin. Brauchtest du eigentlich noch die SKS-Munition? Hier ist zwei 60-Schuss-Magazine. Hier ist... Ja? Wenn die jemand will. Okay, die kann ich einstecken. Gut, Moment. Noch ein paar Verbände, wenn jemand will. Hier ist noch Munition übrigens für das LMG. Wenn du möchtest. Willst du mir helfen, die 30er Max-Sair zu machen? Ja, Moment. Guck grad mal nirgendschen vertreten. Ach, Dennis, willst du den C4-Stab wieder? Ich hab noch einen. Du hast noch einen? Ja. Dann hab ich den zur Zeit schon. Lass mich hingehen. Ja, da bräuchten wir aber noch ein bisschen was für, leider. Ja, Single-Tour-Base bekommen wir doch jetzt auf, oder? Keine Ahnung. Brauchen wir noch 506-Armonie? Ja. Ja? Das ist doch die... Ne, 762x54. Und die brauch' ich. Brauch' jemand nen Schalldämpfer für ne... ...Ami-Waffe? Ja. Alter, hat der gut. Äh, hier ist er? Leise. Leise nicht. Ne, ich doch den Helikopter. Brauch' noch mal jemand. Ähm... Wir haben... Baut ab, man. Nein, nein. Huch? Nein. Nein. Alter die arme sau ich hab ihn einfach mit der SKS down geschossen und mit der Diegel hingestreckt naja aber er hätte dich auch getötet also ganz gut natürlich auf diesem server gibt es kein mitleid nur hass und das ist noch nicht mal ein russischer also wird auch ein paar du brauchst noch mal noch 5 und 6er ne ja das wird gut gut kann ich ja ein paar hundert Stück nehmen deck mal bitte noch das Ding ein da kann man machen ach wie heißt die c4 dinger ach so jaja kann man sowas decken ja zwei stück ich hab sogar noch sechs batterien spieler rechts rechts von rechts von dir leise 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 der nicht gesehen zwei stück zwei stück nix machen nix machen nix machen bitte nicht das hier einfach rennen look dich chillt ey sie hab nur grads überlegt wir sind hier eigentlich voll offen ne hier rennt bestimmt einer durch und was passiert zwei rennen durch Steven zeigt dich bitte nicht so oft äh so offen das sind bestimmt die die gekillt worden sind die rennen jetzt bestimmt zu ihrer base oder so'n scheiß wollen wir auch mal weg hier nicht nachladen das ist laut nicht nachladen das ist laut sind die da noch keine ahnung einer ist nach links geraten einer ist egal hier ist eine base direkt vor uns ja aber nicht hier oder direkt hier das habe ich schon gesagt kommen wir erstmal weg hier links runter oder so das ist ja ne gute idee da so bin ich nicht abgeneigt Helikopter? ne hm ich packe grad zeug ein hast du zeug was ist aber schon passieren ne kann ich mich wenigstens wehren da kriegt ja noch das äh ledernäse äh ja kannst du mich das mal bitte bis her bringen dann wieder den shandy hast du nicht getroppt doch doch den habe ich aber wieder mitgenommen nicht dass du den vergisst ne ne alles gut ne äh warte lass lass mal noch liegen das nachladen ist halt arsch laut ratsch ja vielleicht haben sie ihr plaques drin block sie und ihr ballert sie weg jep auf jeden fall vielleicht sind wir wieder alle drei tot mhm da ist ne arx 160 ist sie krank? weis nicht ich find sie gesund 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 was soll schon passieren? bitte nicht boxen ne ne ja willst du die m16 nutzen? ja bitteschön das ist mit 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 ich mit mit Ich muss nur vergessen, durch den ganzen Drubbel. So, was machen wir? Erstmal hier weg, würde ich sagen. Also ich habe die Beile und ich habe einmal einen Packen Nägel. Also das Ding ist, ich fühle mich tendenziell unwohl jetzt in deren Richtung zu laufen. Ne, wäre auch dumm. Also nicht genau dahin, aber wir müssen halt in den Süden. Wir müssen irgendwie Richtung... Ich würde sagen, erstmal Uraniummine irgendwie. Oder sind die dahin gerannt? Wahrscheinlich, ne? Warte. Also die sind irgendwie zu dieser Kirche da gerannt, irgendwie in die Richtung. Ja, wie wäre es, wenn wir einfach jetzt von der Karte aus rechts runter in den Wald gehen? Da ist ja die drei Striche im Wald, ne? So, dass wir auf dem mittleren Strich sind. Also hier... Ich vertraue ich hier komplett. Ähm... Ja, und dann? Ja, dann weiter. Einmal außenrum zur Uraniummine. Mhm. Ja, wir müssen ja nicht zur Uraniummine. Wir können ja auch weiter nach unten in den Süden. Können wir auch machen. Wir können auch auf die andere Insel, wenn du willst. Äh... Wo das Hospital ist? Ne, rechts von uns, meine ich. Ja, ja. Warte. Also, da wo Tara Harbour ist halt. Ah ja, genau, Hospital. Das ist, glaube ich, auch nicht ganz so viel Action. Ist halt auch nix. Und dann halt im Süden. Irgendwie, weiß ich, ich denke mal so... Hier so, warte. Hier. Mhm. Und Stommel könnte man sogar noch Items finden. Und langsam sollten wir auch los, weil es wird nebelig. Ja, dann. Wir hatten schon lange keinen Links mehr, ne? Hier vorher. Let's go. Am besten in den Sprint. Na gut, aber den Nebel schützt uns ja auch ein bisschen. Mhm. Ach, scheiße, da unten, äh, bei dem Leisten lag noch ne, ne, Metallsäge. Scheiße. Ich hab eine. Ich hab ne Säge. Okay. Ich glaub, die hab ich sogar eingesteckt. Na dann werden's zwei gewillen. Ja, scheiße. Mach das mal. Mein Gott, ey, ganz schön viele Basen hier, ne? Mhm. So, wenn du die Karte öffnest, siehst du doch, äh, diese weißen Dinger da, ne? Am Wasser. Ja. Da, das ist immer ein Spawnpunkt für dieses komische U-Boot, was ich meine. Wo man diesen 3D-Print auch findet. Mhm. Also, im Baumaterial hab ich nichts dabei, bis auf das Code-Lock. Ja, das macht nicht. Ich hab einen Nägel und einen Beil. Ich hab auch noch Nägel. Nice. Nägel, Beil und Säge. Perfekt. Aber keine Schaufel, ne? Ja, wir haben ja die Sommel noch. Vielleicht find man das. Ich hab einen Hax dabei. Der war im Rucksack. Und ein Mion-Detektor, was auch immer das ist. Mion-Detektor. Damit kannst du herausfinden, wann der IV-A-Sturm anfängt. Und Anomalien sehen. Ja. Sieben. Sieben? Da hab ich den grad ausgerüstet, aber der macht nix. Ne, den musst du noch anschalten. Ja, weil ich grad mach... Ah, Batterie. Mhm. Äh, rein damit. Oh, warte mal, mich nicht zu weit. Ja, er macht nix. Ne, das dauert immer. Der bringt den anzubieten. Kann ich den anzuschalten und an den Rucksack machen? Brauchst du nie. Frisst du auch nur Leistung von der Batterie. Ja. So, Vorsicht hier, ne? Engstelle. Ja, ja. Ja, bin ich gewohnt von meiner Ex. Passt schon. Was? 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 Ne Angel, nehm ich mal mit. Ja. Zombies. Oh, scheiße. Wann ist denn der Survivor immer so weit hin? Ja, weil ich die ganze Zeit nachhänge und nachlade. Schöße? Ja, na. Aber nicht auf uns, ne? Ne. Lass einfach weiter. Wäre wahrscheinlich auch das sinnvollste. Ja. Gerade im Nebel, ey. Sturmwüste mit Rucksack-Ding. Ja, Prost. Busch. Dunkeln Busch. Ja, Busch-Wert brauchen wir nicht. Der Nachlader. Der ist der beste Lader. Wir müssten halt auch mal was zu essen suchen, ne? Äh, ich hab Essen mit. Viel von den Leuten. Typ-Dosen, Futter für den nächsten drei Tage. Ja, auf jeden Fall erstmal, erst... Dass wir erstmal um die Runden kommen, ja auch. Korrekt. Ich hab Reis und, äh, zwei, drei Dosen. Ich freu mich auch, worauf die schießen, weil keiner ist gestorben bis jetzt. Bestimmt Zombies oder so. Hm. Warte mal. Alter, ich hab Equipped wie im PUBG. Hm. Sniper, MG, MP. Eine schwarze Cargo-Hose, ey. Ich hab übrigens noch eine Landmine, ne? Nice. Was? Ja, die war in dem... Airdrop drin. Ich glaub, in dem ersten sogar noch. Geil. Lasst den Zombie, lasst den Zombie, komm. Schlitz den weg. Der hat ein Nassert. Faktisch. Das ist praktisch ja eigentlich ganz schön taktisch. Taktisch und praktisch. Meint ihr, das kommt noch von der... Factory? Nee. Keine Ahnung. Ist mir aber auch egal. Links von uns. Oder Mine. Aber es ist... Der Doktor hier. Ich denk mal, das kommt irgendwie von der Mine, aber das ist eigentlich noch zu weit weg. Komisch. Ja, lass laufen. Ich will nur abschätzen, ob wir safe sind, oder nicht? Oh ja, da höre ich essen. Aber wir haben alle keinen Schaltdämpfer, außer... doch, ich hab einen. Ich hab einen. Und ich hab einen Schaltdämpfer, außer... Ich hab einen Schaltdämpfer. Ich hab einen Schaltdämpfer. Ich hab einen Schaltdämpfer. Ich hab einen Schaltdämpfer. Hast du die? Ich hab keinen Vision mehr. ausrennen? Oder unten in das Haus hier hinten? Äh, unten? Ja, das ist... Ja. Also ich würde jetzt echt gerne mal irgendwo was... ...saven. Ich hab einen Schaltdämpfer. Ja, das, was er sagt. Äh, ich brauch hier Hilfe beim Tragen. Ja, warte. I am coming. Tschüss, in my bed. Zicka. Was ist los? Was ist los? Wolle mal. Einmal Gedärme mitnehmen. Lecker. Ein Seil? Ja. Hab ich ja auch nachgedacht. Man darf doch Häuser zubauen oder? Warum machen wir da nicht das hier einfach? Ne Häuser darf man nicht zubauen. Doch zubauen ja. Du darfst nur nicht auf in oder in in bauen. Na ja. In Häusern. In Häusern darfst du nicht bauen. Ist das nicht die Definition von lass mal im Haus bauen? Ne. Ich bin verwirrt. Macht nix bin ich auch oft bei ihm. Hat da noch was zuerstes zufällig? Ja. Na. Na. Ja Honig. Und Dosenfleisch. Das reicht danke. Oh hier liegt ein Campingcoller. Sag mal Bescheid wenn ihr eine Gaskartusche findet. Sollen wir hier ein Feuer machen? Können wir. Ja. Aber den Rauch sieht dann halt jeder ne? Aber momentan ist eh noch Nebel. Ja. Ja deswegen. Und wir sind direkt neben ner dicken Base. Ach wenns sonst. Sonst nix ist. Lass euch mal ran. Lass euch mal ran. Ja. 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 Ja.